Ja, ich begrüße sehr herzlich zum EGPP-Talk, heute mit unserem Gastreferenten Michael Noir-Weiss aus Norwegen. Er ist ordentlicher Professor an der University of Southeast Norway. Ich möchte Ihnen noch kurz vorstellen, also er hat Philosophie an der Universität Wien studiert und eine Magisterarbeit zum Thema Kann Spiritualität wissenschaftlich sein? verfasst und er ist dann weiter zur Promotion gegangen, auch zu einem sehr interessanten Thema. Wir können nicht nicht glauben, menschliche Überzeugungskraft als realitätsbewirkender Faktor. Michael Noir-Weiss hat dann sich verbunden mit dieser Trilogos-Stiftung, die von Linda Vera Rötlisberger, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, 2012 gegründet wurde. Und die das Bewusstsein für die Bedeutung der Persönlichkeitsentwicklung fördert und deren Auswirkungen auf das Zusammenleben und die Entwicklung der Gesellschaft. Und dort wird ein bestimmtes Programm aufgelegt und 2012 hat Michael Weiss dieses Diplom mit allen möglichen Zertifikaten abgelegt zum Trilogos-Lebensschullehrer. Seit 2010 ist er auch Vizepräsident der Initiative Weltethos Österreich und dann hat er 2019 die Associate-Professor an dieser Universität South East in Norway erhalten und eben seit diesem Jahr die ordentliche Professur. Natürlich hat er viele verschiedene Publikationen herausgegeben, zusammen mit Linda Rötlisberger, also der Stiftungsgründerin, hat er am Buch geschrieben, die Entdeckung des Psyche, spricht man das so aus? Psyku. Psyku, achso, Psyku, okay. Unser inneres Ordnungssystem erkennen und nutzen. Ja, für die philosophische Praxis ist Michael Weiss ja in besonderer Weise interessant für uns, weil er eben auch eine Forschungsperspektive dazu entwickelt wird. Und darüber wird ja auch heute unser Talk gehen, also philosophische Praxis als reflexive Praxisforschung. Ich freue mich sehr, dass du aus Norwegen jetzt hier zugeschaltet bist und mit deinem Impuls beginnen kannst. Vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einleitung zuerst einmal. Zweitens herzlichen Dank auch für die Einladung. Es freut mich sehr, heute hier zu sein. Ich möchte jetzt, wenn ich beginne, die Präsentation, hier die PowerPoint zu teilen, noch kurz einleitend erwähnen, dass ich die Ausbildung zum philosophischen Praktiker im Jahr 2010 hier in Oslo absolviert habe. Bei Henning Ernestau und Helges Ware. Vielleicht kennt ihr der eine oder die andere, diese beiden Herren noch, die sehr aktiv gewesen sind im Feld der philosophischen Praxis und hier wirklich Pionierarbeit in Skandinavien geleistet haben. Dies gesagt, kann ich auch noch erwähnen, dass ich das Glück oder die Freude hatte, hier dieses Handbuch, nämlich das sokratische Handbuch zu redigieren als Herausgeber. Hier sehen Sie das Cover von diesem Buch. Wer es interessiert, kann einfach einen Blick auf das Sokratische Handbuch werfen und damit möchte ich es aber auch hier schon wieder belassen mit dieser Publikation und jetzt hier eingehen auf das Thema unseres heutigen Abends. Reflexive Praxisforschung. Forschen als philosophische Praxis. Und mit dieser Frage möchte ich mich jetzt in den nächsten 20 Minuten im Zuge dieser Präsentation etwas näher befassen, gemeinsam mit Ihnen und mit Euch. Weil oftmals wird die philosophische Praxis als eine Tätigkeit oder eben als eine Praxis gesehen, die ja außerhalb der Akademie stattfindet. Es gibt aber auch vereinzelte Praktiker und Praktikerinnen, die sich ja wohl die philosophische Praxis innerhalb der Akademie nicht mehr ansiedeln, sondern eben dort auch praktizieren. Und hier eine kleine Einleitung, was in Reflexive Praxisforschung eigentlich ist, erwähnt werden kann, dass das ein interdisziplinärer Forschungsansatz ist mit Wurzeln eben in der philosophischen Praxis und entwickelt worden ist von Professor Emeritus Anna Schlimset, der ja einigen von Ihnen und Euch sicher ein Begriff ist. Er ist nicht nur ein Pionier in der philosophischen Praxis in Skandinavien, sondern er war eben auch seinerzeit ein federführender Philosoph innerhalb der Nursing Sciences, also der Pflegerinnenausbildungen, die ja damals, wie er Professor geworden ist, auch zu einem Hochschulstudium geworden sind. Und er war in diesem Feld ziemlich stark tätig, eben mit seinem philosophischen Ansatz. Und aus dieser Kombination, diesen zwei Feldern der philosophischen Praxis einerseits und auf der anderen Seite den Pflegewissenschaften, hat sich dann die Reflexive Praxisforschung herausentwickelt am Center für Praktisches Wissen, Center for Practical Knowledge, an der NUR-University, wie sie heißt. Man kann die Reflexive Praxisforschung als eine Form der philosophischen Untersuchung bezeichnen, die ihren Ausgangspunkt in der eigenen Praxiserfahrung nimmt. Also Sie müssen sich das so vorstellen, eine Krankenschwester, ein Pfleger, ein Lehrer, eine Lehrerin, die haben ja jede Menge Berufserfahrung und Erfahrungen. Und einige davon bringen diese Praktikerinnen ja auch ins Staunen beziehungsweise in tiefe Verwunderung. Was ist jetzt hier eigentlich passiert? Und solche Erfahrungen, die einen ins Staunen und Wundern bringen, bilden eben die Ausgangsbasis für die Reflexive Praxisforschung. Und mit welchem Sinn hat diese Reflexive Praxisforschung? Warum betreibt man sie eigentlich? Einerseits, um das Verstehen der eigenen Praxis zu vertiefen und sich als Praktiker weiterzuentwickeln. Andererseits war eben dann auch, um praktisches Wissen zu entwickeln oder eigentlich besser gesagt praktische Weisheit im Sinne von Fronessitz. Das war hier ein ganz kurzer Abriss in groben Zügen, was denn diese Reflexive Praxisforschung eigentlich bedeutet, beinhaltet. Und ich möchte jetzt näher auf einzelne Punkte darin eingehen. Und dazu möchte ich jetzt erst mal die grundlegende Frage stellen. Was ist denn eigentlich das prinzipielle Ziel von Wissenschaft? Und die Antwort, und da werden wahrscheinlich die meisten einig sein, ja, das Ziel von Wissenschaft ist, Wissen zu schaffen, zu entwickeln und zu vermitteln. Allerdings, und hier kommt der springende Punkt, Wissen ist nicht gleich Wissen, sondern wir können von drei grundlegenden Wissensformen ausgehen nach Aristoteles, die eigentlich teilweise mir so trocken vorkommen wie diese drei Kekse hier. Und wenn wir uns diese drei trockenen Kekse ein bisschen näher ansehen, dann werden wir Folgendes finden. In den allermeisten Lehrplänen von egal welchem Studium heute finden wir drei Wissensformen oder drei Lernziele. Nämlich einerseits Wissen, da haben wir das theoretische Wissen gemeint, dann Fertigkeiten, English Skills und dann auch Kompetenz. Diese Kategorie allerdings ist dann 2017 im europäischen Qualifikationsrahmen ausgetauscht worden mit den Begriffen Verantwortung und Autonomie. Und diese drei Wissensformen, die gehen zurück auf Aristoteles Wissensformen, nämlich die Episteme, die Technie und Phronisches mit den entsprechenden korrespondierenden Aktivitäten. Also die Episteme dieser Wissensformen basiert auf der Aktivität und Tätigkeit der Theorie, dem Denken, dann eben die Technie, was man auch salopp übersetzen könnte mit Know-how, basiert auf der Tätigkeit des Machens, der Poiesis. Und dann noch die Phronesis, die praktische Weisheit, die auf dem Tun basiert. Und das Interessante an dieser letzten Tätigkeit der Praxis ist, dass es eine Tätigkeit ist, die in sich selbst das Ziel hat. Also beispielsweise, wenn ich ein Haus baue, dann ist nicht das Ziel des Hausbauens das Bauen selbst, sondern das darin Wohnen. Das wäre jetzt eine poetische Tätigkeit, wohingegen die Praxis eine Tätigkeit ist, wie beispielsweise das Musik hören. Ich horche deshalb Musik, weil es mir gefällt. Und in dem Sinn könnte ich sagen, ja, wenn ich als Lehrer lehre, dann vollziehe ich diese Tätigkeit nicht in erster Linie, um hier jetzt Wissen zu vermitteln, sondern um eine gute Praxis auszuführen. Das heißt, eine Tätigkeit, die in sich selbst gut sein soll. Mit dem Hintergrund können wir sagen, dass die Praxisforschung generell in diesen zwei Bereichen der Techné und der Phronesis abzusiedeln ist. Wobei, hier müssen wir unterteilen, wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen, nämlich die Techné, das Know-how, das ist eine Form von instrumentellem Wissen, das beruht auf einer instrumentellen Praxisforschung. Und die Phronesis, das Verstehen oder die praktische Weise, die erfordert reflexische Praxisforschung. Das heißt, um diese Form des Wissens zu entwickeln oder Verstehen zu entwickeln, brauche ich einen eigenen Forschungsansatz. Damit ich das hier an ein paar Beispiele verdeutlichen kann oder exemplifizieren kann, instrumentelle Praxisforschung, da gibt es einen konkreten Wissensbedarf, der einfach gedeckt werden muss. Zum Beispiel hier haben wir das Bild vom Semmelweis mit der Frage, welche konkreten Maßnahmen helfen zur Vorbeugung von Kindbettfieber. Da gibt es ganz klar einen Wissensbedarf und man sucht nach Maßnahmen, wie denn dieses Kindbettfieber vermieden werden kann. Und hier ist quasi das Entwickeln von Know-how als Wissensform essentiell. Das heißt Maßnahmen, Techniken, Methoden, Behandlungen etc. Die reflexive Praxisforschung demgegenüber nimmt den Ausgangspunkt in einem bestimmten Wundern oder Staunen, wie ich eingangs schon erwähnt habe. Und zwar darüber, was eine bestimmte Arbeitspraxis speziell oder auch problematisch macht. Ich mache teilweise auch Vorträge für Hebammen und da kommt immer wieder raus, bei dieser Praxis des Hebammen-Seins steht mir grundsätzlich fest, dass die Frauen weniger und weniger Mitspracherecht haben. Also die gebärenden Mütter im Geburtenprozess. Und das ist grundsätzlich problematisch und eine Arbeitspraxis, die einfach viele Hebammen ins Staunen und Wundern bringt. Das heißt, der Ausgangspunkt ist ja Erfahrung, dass etwas nicht stimmt. Das könnte man auch als Diskrepanzerfahrung bezeichnen. Und hier geht es dann eben um das Entwickeln von einem Verstehen. Man möchte wissen, warum ist es eigentlich so? Oder was beinhaltet diese Praxis? Oder was ist der tiefere Sinn dahinter? Oder eben, wo fehlt denn eigentlich hier das Ding? Wo ist plötzlich diese Praxis denn entleert? Und warum? Das heißt, es geht um es Verstehen und nicht nur um es Erklären. Ein Geburtenvorgang Erklären ist nicht das Gleiche wie ein Geburtsvorgang Verstehen. Und da kommen wir auch zum nächsten Begriff, der hauptsächlich in den Pflegewissenschaften wichtig ist, aber der auch mittlerweile, weil ich arbeite ja als Professor in Pädagogik, der auch in der Lehrerinnenausbildung mittlerweile extreme Relevanz gewonnen hat, um es so zu sagen, also bei uns muss jede Form von Unterricht evidenzbasiert sein. Und auch die Lehrer und Lehrerinnen, die draußen an den Schulen arbeiten, müssen jegliche Praxis auf Evidenz basieren. Und da ist natürlich immer die große Frage, was meint man eigentlich hier mit Evidenz? Der Arne Schlintz, der Begründer der reflexiven Praxisforschung, meint, es gibt hier zwei Arten zu Evidenz, nämlich die äußere Evidenz und die innere. Die äußere, das wären Beweise, Belege, zum Beispiel der Semmelweis mit seinen Studien über das Kindbettzfieber, das wären quantitative Ergebnisse, Statistiken, die sogenannte Evidence-Based Medicine, IBM, mit der Cochrane Collaboration, eine unglaubliche Datenbank an Cases, wo man statistisch sagen kann, welche Medizin hilft oder welche Maßnahme, welches Treatment hilft und welches nicht. Aber, und ganz wichtig, hier ein kurzes Zitat, nämlich According to Cochrane, effectiveness and efficiency are not adequate standards for assessing care. Also hier kommt ganz deutlich hervor, dass der Begründer dieser Datenbank, nämlich Archibald Cochrane selbst gesagt hat, hat die Effektivität und die Effizienz von Behandlungen, können keine an die adäquaten Standards für care, das heißt für die Fürsorge sein. Und mit dem im Hintergrund kommen wir zu anderen Formen der Evidenz, nämlich die innere Evidenz. Und hier geht es um ein Wahr- und Teilnehmen an einer Situation, zum Beispiel Sie als philosophische Praktiker und Praktikerinnen, die einfach zuhören. Was hat denn eigentlich der Gast zu erzählen? Und in der Form nehmen Sie an der Situation teil und nehmen Sie wahr. Es geht dann auch um persönliche Eindrücke Ihres Gastes. Also der Gast soll eben nicht seine Eindrücke verleugnen und sagen, na Moment, ich habe keine äußere Evidenz dafür, darum stimmen ja die persönlichen Eindrücke nicht. Sondern es geht ganz im Gegenteil darum, wenn ich etwas so erlebe, dann muss dies auch zum Ausdruck kommen. Oder mit anderen Worten, geht es darum, innere Eindrücke ausdrücken zu können. Eben wie zum Beispiel diskrepanzliche Erfahrungen, wo es oft gar nicht so leicht ist, einmal das, was ich erfahren habe, den inneren Eindruck in Worte zu fassen. Und letztlich steht es um Verantwortung, nämlich wie in solchen Situationen, wie in solchen Diskrepanzerfahrungen beantwortungsbewusst handeln. Wir können dann später noch weiter über diese Begriffe diskutieren. Ich wollte jetzt hier diesen Unterschied zwischen innerer und äußerer Evidenz auch deshalb noch einmal hervorheben, um auch zu verdeutlichen, dass der Ausgangspunkt für die Entwicklung von praktischem Wissen oder Weisheit eben die innere Evidenz ist, nicht unbedingt die äußere. Und letztendlich möchte ich nur kurz auf den Forschungs- und Reflexionsprozess der reflexiven Praxisforschung zu sprechen kommen. Dieser Forschungsprozess wird eingeteilt in drei konkrete Phasen, nämlich die konkrete Reflexion, wo es um das Erzählen des Niederschreibens, das Formulieren von Eindrücken, von Praxiserfahrungen geht. Das ist dann mehr die phänomenologische Stufe. Zweite Phase ist dann die kritische Reflexion mit der leitenden Frage, was steht am Spiegel in dieser Erfahrung. Viel dieser mehr hermeneutischen Phase oder Stufe ist zwei bis drei generelle, universelle Themen herauszukristallisieren. Und dann letztlich geht es darum, diese universellen, generellen Themen in Dialog mit existierender Theorie zu bringen, um auch dadurch diese Themen noch besser zu verstehen können. Also beispielsweise, wenn es um Themen geht wie Verantwortung, wer hat über Verantwortung geschrieben, was kann man diese Theorie oder diese Erzählung eigentlich sagen, über den Begriff der Verantwortung, wenn es um Freundschaft geht, wer hat über Freundschaft geschrieben? Es gibt hier eine Theorie, die mir helfen kann, eben den Begriff der Freundschaft besser zu verstehen. Und abschließend noch ganz kurz drei Forschungsprojekte zur reflexiven Praxisforschung, die ich teilweise gemeinsam mit meiner Kollegin Giro Hansen-Helskug durchgeführt habe. Reflective Practice Research in Higher Education ist eine Anthologie, wo verschiedene Hochschullehrer und Lehrerinnen einfach Diskrepanzerfahrungen erzählen und dann auch untersuchen, was steht denn in diesen Diskrepanzerfahrungen auf dem Spiel? Um was geht es hier eigentlich? Wie kann ich lernen, diese Diskrepanzerfahrung besser zu verstehen? Und es geht hier darum, nicht nur, dass ich selbst als Praktiker und Forscher besser verstehe, was mir in meiner Erfahrung eben wieder erfahren ist, sondern dass ich hier eine gewisse Form zu verstehen entwickeln kann, das auch für andere relevant wird, die in einer ähnlichen Situation sich befinden oder wiederfinden. Das zweite Buch, What is Good Folk High School Pädagogy ist eine Anthologie, wo ich die reflexive Praxisforschung zu einer philosophischen Forschungsdialog-Methode weiterentwickelt habe und hier mit Pädagogen und Pädagoginnen der Volkshochschulen, der norwegischen Volkshochschulen, einfach Dialoge geführt habe zur Frage, was ist denn gute Volkshochschulpädagogik? Und das letzte Buch, Dämonic Dialogues, da geht es darum, wie sogenannte philosophische Fantasiereisen eben basierend auf der Trilogos-Methode, wie die eigentlich auch Bildung, in Stimme von Persönlichkeitsbildung, an Volkshochschulen fördern können. In diesem Sinne habe ich jetzt mal ganz eine kurze, grobe Einführung in die Thematik gegeben. Ich denke, ich habe jetzt meine 20 Minuten für den Vortrag aufgebraucht. Es ist ein sehr breites Feld. Der Anspruch dieser kurzen Präsentation war sicher nicht hier ergiebig, im Sinn von einem Vortrag zu berichten, sondern eigentlich so Anregungspunkte zu schaffen, zu präsentieren, durch die Sie und ihr dann einfach Fragen formulieren könnt, auf die ich gerne weiter eingehe. Und in diesem Sinn möchte ich mich jetzt mal bedanken, für die Möglichkeit hier zur Präsentation. So, und damit ist auch das Teilen der Präsentation wieder beendet. Und möchtest du das Wort übernehmen? Möchtest du den? Ja, genau. Also ich übernehme jetzt mal das Wort, um mir zunächst einmal ganz herzlich zu danken für diese kurze, aber sehr intensive Einführung in diese reflexive Praxisforschung. Und mir sind schon ganz viele Fragen in den Sinn gekommen, aber ich will jetzt vielleicht erst noch mal schauen, was im Publikum so an Beiträgen, Fragen und so weiter aufschlägt. ARD Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF, 2020